Ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn du ein Zombie in der Gruppe hast. Ja, Zombie kannst du auch nicht sagen. Ja, so ein Hybrid-Ding, ey. Wie du einfach den Zombie auffrisst. Das ist so geil. Nein. Ich hab so viel gelacht. Ich sehe deine Fußabdrücke hier. Hier sind drei Fußabdrücke von dir. Echt? Ich sehe die nicht. Ich schön. Wo wollten wir hin? Zu Kirche oder was? Können wir machen, ja. Und wir werden hier erschossen. Ich will unbedingt nur ein Zombie sein. Ach, ich denke mal heute Morgen wird hier wohl noch nicht so viel los sein. Oh, famous last words. Da rechts mal vor allem auch ein Bruno, muss man aufpassen. Ich hab noch eine Schrotflinder, also so schlimm kommt. Da hinten steht ein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Da hinten ist Bruno, ja rechts. Komm, Wolf, bleib weg von mir. Eulich schaut so arbeitig aus, wenn es sich drüben buckt. Kann es jetzt eigentlich auch tote Spieler fressen, weißt du das? Ja. Kann ich auch. Okay. Das haben wir schon probiert. Schmecken aber nicht. Ah, Mittagessen. Guck. Sagen. Ja, wir haben. Nein, nicht schon wieder. Ach, muss viel essen. Oh, oh. Wahrscheinlich schnell runter. Das schaut so arbeitig aus. Ja. Du kannst zweimal essen von den Dingen. Dann war es es aber auch. Steigt er durch deine Infektion, oder? Ja, teilweise, ja. Geht die schneller hoch dann. Jetzt bin ich bei 90% H1Z1 Virus. Sag mal, Chef, wenn du bei 99 bist, dann halte ich bei dir Abstand. Ne, ich glaube, du kannst das Ding weiter steuern. Du kannst dann als Zombie rumlaufen. Das weiß ich nicht. Das hat ja, glaube ich, noch keiner getestet, oder? Ne, eben, deswegen will ich sie ausprobieren. Jedenfalls von uns keiner getestet. 10% habe ich noch. Brauche ich noch, sagen wir mal so. Da steht ein Furless. Ne, die stehen überall irgendwie. Ja, ja. In der Zeit, dass der Vibe kommt. Unten im Haus, bei unserer Bell, steht auch einer. Ja, der, glaube ich, ist aber von uns noch. Das ist nur eine Machete. War nix, ohne die Gesamtlosigkeit. T-Shirt, schreddern. Biokulars. Kommt kein Mensch brauchen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo so ein Scheißding finde. So eine Metal-Sheet. So ist ein Web-Repair-Kid, den nehme ich mal. Red Metal, okay. Ja, ich mache mal meine Rifle-Guns. Ich muss mir angewöhnen, hier nicht zu rennen. Weil, äh, sonst ist die Stamina gleich wieder futsch. Cool, wie ich einfach sehe, wo du gestanden bist. Das ist cool. Da war es sogar gar nicht schlecht. Dann schicke ich dich vor, dann weißt du, wo andere Spieler sind. Haha. Ja, deswegen ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn du ein Zombie in der Gruppe hast. Ja, Zombie kannst du auch nicht sagen. Ja, so Hybrid-Ding, ey. Ja, momentan noch. Ich bin ja gespannt. Jetzt habe ich noch 9% brauche ich noch. Aber so einen regulären Zombie möchte ich nicht in einer Gruppe haben. Nö, nö. Nö, nö. Aber Damak hast du schon geschrieben. Der könnte mir als Zombie-Gruppe quasi das ganze Ding hier unsicher machen. Da ist wieder ein Zombie da hinten. Der greift mich ja nur an, wenn ich böse bin zu ihm. Ah. Ja, ich muss erst mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo so... Wie das gerade ausschaut, er frisst gerade Gras. Ja, nochmal. Ach ja, die Farben sind total übersteuert. Ah, jetzt habe ich wieder Infected-Fleisch gegessen. Mein Pfeil rückt er nicht raus, der Bastard. Okay. Jetzt bin ich bei 92. Wann kann ich denn die Chest hier nicht öffnen? Jetzt, weil du ja bloßt Chicken drin, also was zu essen. Weil du deine Zombie-Finger nicht mehr unter Kontrolle hast. Du hast zu essen drin in der Kiste. Ich brauche ja nichts mehr einsammeln, zu essen. Ich habe auch noch genug. Er schießt es mir einfach so. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also mein Shader schaut ja so aus wie damals, kannst du dir erinnern, wo die total überbelichtet waren. Ja. Und so sehe ich jetzt gerade alles Rote, so richtig extrem rot. Okay. Also ganz komisch. Weißt du, sonst findest du immer Metal-Sheets, wenn du sie nicht brauchst. Jetzt brauchst du eine, jetzt findest du nichts. Für was brauchst du denn eigentlich? Für die Metallrüstung. Ach so. Da ist auch nur Scrap-Metal drin. Aber du könntest ja theoretisch aus Scrap-Metal ja auch ein Bastel, ein Metal-Sheet. Könnte ich, ja. Ja, ich hab' alles. Ey, da tausche ich doch erstmal. Weit, äh, Convays Sneakers. Ach, Sneakers. Ich hab' so Boots noch. Ich hab' noch keine Sneakers. Und dann, blam. Green Beanie. Bin will ich nicht. Cool. Hier waren die Deutschen da, guck. Wieso? Ach so, ne, das ist ein Schatten. Schau aus, es fällt jemand hier ein Handtuch aufs Bett gelegt. Ja, hinten läuft Essen für dich rum. Essen. Ach, lecker. Kann ich eigentlich noch Bandage nehmen? Bringen die überhaupt noch was? Das heißt, die Brass probieren. Ein paar Graften. Ich nehm' jetzt sicherheitshalber, äh, Scrap-Metal mal mit. Aber wo ist überhaupt noch was? Was? Bandage? Ich hab' ne Bandage genommen, hab' 1% verloren. Aha, gut. Dann auch, wenn ich nicht heil, läuft jetzt schon zweimal, erhaltsst du dich ja durch, äh, Essen. Hier sehe ich wieder, wo du gestanden bist. Oder ich hole mir den jetzt einfach mal hier. Oh, bei, überhaupt Brains, Brains. Oh, ich hab' voll daneben geschossen. Oh, aber jetzt nicht mehr. Weil ich erst mal loot, erst mal loot gucken. Da bist du halt blöder Hut. Ah, braunlich Mampfen. Na, das sieht so pervers aus. Als bin ich wieder bei 100% hielt's. Siehst du, du musst also permanent fressen, damit du nicht stirbst. Ja. Das hört sich auch geil an. Hörst du das eigentlich? Wenn ich es so, ach, nein, nein, höre ich nicht. Nicht so richtig, knautschig. Weil da unten ist schön, der Essen. Hm, aber Essen, klar. Mit dem Helm. Ja, ha, ha, ha. Meisterlampe. Ha, ha. Oh, ich hab' voll daneben geschossen. Ha, 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 ha. Der sieht aus wie ein Teletubby. Ja. Blut hat er auch fallen gelassen. Wie viel denn? Nur den Helm? Ja, nur den Helm. Ja, wir haben. 95% H1Z1 Virus. Das ist gut. Ja, 96% H1Z1 Virus. Pfeile hast du mitgenommen, oder? Ja. Einer ist noch drin. Den hat er mal wieder. Ah, ne, die Pfeile, die hab' ich nicht mitgenommen, nö. Nö. Böse Bub. Ich bin auf jeden Fall der bei 100% Hilfe. Und 84% Energy. Du musst ja ordentlich viel Zombies fressen. Ja. Wenn du da was rauskriegst. Oh, liegt Mittagessen für mich. Muss man genau hören, dass du das nicht hörst. Das wundert mich eigentlich. Nee. Das ist verantwortlich für andere Spieler noch nicht hörbar. Wahrscheinlich. So, nochmal 97%. Jawohl, weil ich infekte Fleisch ist. Vielleicht deswegen geht es vielleicht noch schneller hoch. So, zimmer gleich so weit. Bin ich echt gespannt. Man trinkt muss ich ja nichts mehr. Das ist auch gut, wenn man mal. Das ist schon mal. Tarp drinne. Tarp. Ich seh aber schön. Hier, wo du nur rumläufst. Das find ich super. Weapon Repair Kit. Mein Gott, ey. Ich brauch so'n blödes Ding hier. Äh, ich seh hier nix. Also es scheint nicht so zu sein, als wenn hier jemand gewesen wär. 380er-Muhl. 9mm und 380er-Muhl. Nochmal 9mm. Schroßflinten-Munition. Neun Millimeter. Bad Cap. Ja, äh, tactical flashlight. Brauch keine Sau. Mal hier drunter gucken. Haben sie das Ding? Da ist nix. Drüben? Eine Fackel hingestellt. Ja, die steht schon ewig da. Äh, soll ich dir die... Ja, war ich schon. Äh, soll ich dir eben die 45er-Munition hin schmeißen? Ne, ne, behalt's aber noch. Ich hab doch gar keine 45er. Ja, okay, dann kannst du's machen. Dann schmeiß ich dir die 380er hin. Ja. Äh, hier. Drop. So, sieben Stück hab ich jetzt hier und das sind Nummer 13. So, warte, hab ich sonst irgendwo Munition davon? Ja, warte. Ja, Wahnsinn. Wie viel Schuss? Äh, wie viel hab ich denn für die Rifle eigentlich? Ich will kein Rifle haben. Hab ich noch Rifle-Munition? Will die 45er nehmen eigentlich. Aber die Rifle-Munition jetzt rausgenommen? Ja, die Rifle liegt auf dem Boden. Hab ich noch einen Schuss gehabt für die Rifle. Okay. Jetzt hab ich 40 Schuss für die 45er, das ist auch gut. Ja, ich hab über 40 Schuss für die 380er. 98, warte mal da draußen. Essen! Ja. Ja. Ja, wir haben ein Fleisch. Ach, da kommt ein Auto? Echt? Ja. Der hält auch an. Oh. Da unten an der Straße. Siehst du den Jeep da nicht fahren? Ja. Er fährt aber weiter. Das glaubst du. Der bleibt da unten stehen und kommt gleich hierher. Ja, dann lass mal, äh, vertschüssen hier irgendwo. Dann auch hinten, ne, da ist. Ich will jetzt unbedingt noch zum Zombie, das wäre was. Das heißt, jetzt habe ich 99% Zombie. Ja, vielleicht hübschst du. Wieso komme ich jetzt nicht drüber? Jetzt. Hier ist auch noch so ein Arschficken-Zombie. Wo läuft denn der hin? Ach, der läuft hinter dem Hasen her. Wie der Schuss einfach bei ihm durch den Kopf geht. Ich würde einfach sagen, in die Richtung, oder? In die Richtung Cranberry. Oh. 99% Okay, jetzt wird's kritisch. Ja. Jetzt wird's kritisch, jetzt bin ich gespannt. Da ist jetzt noch ein Zombie. Ich muss eh was essen. Weißt du, dass keiner kommt? Wenn ich hier mich voll haue. So, eat Fleisch. Es ist 100%. Bei mir sind jetzt 100% Zombie. Bist tot, oder? Nee, du isst. Es sah eben aus, als ob du da vorne überfällst. Einfach so. Aber ich bin immer noch ein Kerl. Oben neuesten Spieler lang. Oh. An der Kirche. Ich habe da eben gerade den Kopf gesehen über der Böschung. So. Dann lassen wir hier abmalen. Oder war... Ich glaube nicht, dass du sagt... Ja, ist einer. Der ist bei den Autos. Was? Den sehe ich gar nicht. Interessant. Bin 100% Zombie jetzt, aber ich verwandle mich nicht. Oh. Tod? Ja. Aha. Doch du kannst es schon wieder weiterlaufen. Anscheinend noch nicht. Nö, schaut nicht so aus. Und das ist ja blöd. Was hat in der Bayerwald an und zu dabei? Alles. Hahaha. Da kommt oder bin ich auch die Aufnahme hier. Ich greife schon wieder ein Wolf an. Super. Läuft. Alter, wie von dir hier einfach nur noch so Knochen und Gedärme rumliegen. Echt? Ja. Aber das ist natürlich blöd. Ich dachte, du kannst als Zombie weiterlaufen. Ja, irgendwie nicht. Das ist ja blöd. Ach, ich bin hier oben, das geht ja. Okay, aber dann mache ich hier jetzt mal kurz einen Cut und bis wir das mal als Zombie einfach nur am Ende sterben. Also, tschüss. Autorun rein. Ich bin, äh... Autorun ist scheiße, dann hast du gleich keine Stamina mehr. Äh, weiß ich nicht. Äh, ich komme jetzt trotzdem per Autorun zu dir, weil ich bin, äh, Babas Truckstop. Ich sammle mal erstmal hier das Wichtigste ein von dir. Mhm. Und ich bin gleich wieder da, gell? Jo. Komm, komm mal schnell wohin. Aber das ist ja doof, dass du einfach als Zombie nur stirbst. Ja. Das ist ein bisschen doof, da hast du recht. Also, am Ende bist du einfach nur tot. Ich dachte, du kannst als Zombie rumlaufen, alles unsicher machen. Das wäre ja cool. Anscheinend nicht. Mhm. Aber laut Patchnote soll doch das auch funktionieren irgendwann. Ja, aber scheint anscheinend auch nicht zu funktionieren. Nö. Bist du einfach nur tot, sonst nix. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen asozial. Hahaha. Ja, aber zumindest habe ich es in der Aufnahme drin, das ist gut. Jo, passt schon. Ja. Mal schauen, ob ich meinen Loot noch kriege wieder. Wie gesagt, ich versuche hier gerade mitzunehmen, was geht. Ja. Aber viel ist es nicht mehr, was geht. Ja. Ich bin schon bei der Tanke fast. Ja, dann ist ja gut. So weit habe ich nicht mehr bis zu meinem Todesort. Ja, ich bin schon bei der Tanke fast. Ja, da muss ich mal den Kanister mit Bio voll rausschmeißen. Dann kriege ich deinen Satchel notfalls auch noch. Ein Satchel? Ich habe ja keinen Satchel gehabt. Ich habe einen Rucksack gehabt. Einen richtigen. Warum stand hier bei mir Satchel? Weiß nicht, vielleicht habe ich nur irgendwie dummerweise einen mit mir rumgetragen. Nee, aber ein normaler Rucksack ist hier nicht drin. Nicht? Ist nur ein Satchel. Ja, das ist komisch. Es war ein Framed Backpack. Mhm. Aber war nun. Ich bin jetzt im Wald hinter dir. Da ist auch ein Bruno. Nehme ich mal die rechte Flanke. Ja, das sieht voll eklig aus mit den Gedärmen hier. Eben kurz konnte ich das auch auswählen. Ja, das kannst du auswählen, aber du kannst nichts machen damit. Lass mich halt hier den blöd Zaun. War doch irgendwo da vorne vorhalb der Hütte irgendwie unterhalb, gell? Da stehst du, sieh dich. Kommt gerade von der Hütte her. Von deinem Rücken. Ja, sehe ich. Schwinge aber die Hufe. Ja, bin da. Wo ist mein Zeug? Ja. Warte, ich schmeiße dir mal eben den Satchel hin, dann hast du wenigstens ein bisschen was. Warum habe ich den Ding nicht mehr? Verstehe ich nicht. Hier vorne liegt ein Satchel. Nehme ich mal eben auf. Komisch. Dann schmeiße ich dir, nimm erst mal den Rest auf, dann schmeiße ich dir gleich noch die Munition und deine Pistole hin. Warum ich nur ein Satchel habe, das weiß ich nicht. Also das ist ganz komisch. Brauche ich mal nicht. So, die Pistole liegt schon. Jetzt schmeiße ich dir noch deine Munition hin. Ja, ich dir auch. Und da kann ich der Bio-Fuel liegt einer da. Ja, der hat mich da hingeschmissen. Gott, ich habe die Munwetter. Wobei, zu gut, genau. Ja, drei, zwei leere Flaschen habe ich hier. Ja, die schmeißt meine Flaschen schmeiße ich auch mal weg. Da mal weg. Dann habe ich hier. So, dann werde ich hier auch erstmal die Folge beenden. Wow. Okay. Was ist noch im Sack? Blödsinn noch die Cap. Weil die will ich wieder. Also auch, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal die Folge hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.